Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir dieses Beispiel hier nur mal ein kleines bisschen überarbeiten und zwar mit den sogenannten Condition Variables. Also das heißt, wir wollen quasi nicht mehr nur den Fred hier busy waiten lassen, sondern wir wollen ihn dazu bringen, dass er aufgeweckt wird von unserem Load Data Array. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile, denn ja, jetzt nehmen wir einfach mal folgendes Szenario an. Wir haben sehr, sehr viele Load Data Arrays, die uns, also sagen wir für jeden Loader Thread, haben wir einen Worker Thread, okay? Wir haben jetzt von mir aus sehr, sehr viele Shared Datas, okay? Und wir wollen jetzt, dass die Loader Threads ihre jeweils zugehörigen Worker Threads aufwecken wieder, damit die eben nicht die ganze Zeit das Aufwecken selber überprüfen müssen, also damit die nicht die ganze Zeit hier dieses While machen müssen, sondern die sollen quasi warten, bis der Loader Thread sie weckt. So, das heißt, sie gehen schlafen und werden geweckt. Okay, und das funktioniert tatsächlich super, super gut, was wir hier auch tatsächlich machen können. Wir können hier einfach mit sogenannten Condition Variables arbeiten und diese Condition Variables finden wir hier. Und hier Condition Variable, wobei ich sie natürlich inkluden muss, ansonsten wird das nichts. Das erklärt auch, warum ich sie gerade nicht gefunden habe. So, Condition Variable. Okay, die Condition Variable nennen wir natürlich hier Cont, ja, weil wir alles abkürzen müssen. Und die ist jetzt dafür zuständig, dass der Load Data Thread, also der Loader Thread hier, der Preparer, wie ich ihn genannt habe, den Worker oder den Waiter aufweckt. So, jetzt wie implementieren wir das Ganze? Nun, da nehmen wir uns statt diesem Atomic Boolean Data Ready, nehmen wir uns hier einfach ein Mutex. Und sagen, ja, das ist jetzt quasi mein Mutex MTX und das wird hier drin gesetzt, wenn wir hier quasi die Daten bauen wollen. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir bauen uns hier quasi die Daten und das machen wir natürlich mit einem Log. Das heißt, wir bauen uns hier den sogenannten Log Guard wieder über Mutex und der heißt natürlich Log von MTX. So, und wenn wir das fertig haben, dann wollen wir quasi denjenigen Thread aufwecken, der hierfür zuständig ist und sagen hier, okay, Cont.NotifyOne. Wir können auch NotifyAll machen, wie ihr gerade gesehen habt, dann wecken wir quasi alle auf. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, welchen One haben wir denn gerade geweckt? Naja, einen Worker eben. Und dieser Worker ist natürlich der hier, also in dem Fall der hier, also der ThreadWorker hier. So, und das heißt, wir müssen hier irgendwie noch dieses Wecken bzw. Schlafen gehen und auf dem Wecken warten, müssen wir irgendwie noch implementieren. Und das machen wir, indem wir hier auch dasselbe Log verwenden. Das heißt, wir sagen hier, und ja, jetzt muss ich natürlich hier das Ganze auskommentieren, damit das überhaupt noch funktionieren kann. Jetzt sagen wir hier, wir benutzen ein Unique Log. Unique, ja, Unique-Bodenstrich-Log. Und zwar auch über einen NewTags. Und nennen das Ding auch wieder Log von MTX natürlich. So, und dieses Log hier, das können wir jetzt, auf das können wir warten. Also wir können quasi warten, dass dieses Log hier wieder freigegeben wird. Beziehungsweise wir legen uns einfach schlafen, wenn dieses Log nicht frei ist, sozusagen. Und sagen hier, okay, Cont. Also wir gehen quasi über diese Condition Variable. Alle, die auf dieser Condition Variable dann warten oder schlafen, können aufgeweckt werden mit Notify All. Oder wir wecken einfach nur einen auf, ja. Aber es ist immer von der Condition Variable abhängig. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Vektor an Condition Variables habt. Und da zum Beispiel mehrere Worker Threads drauf schlafen. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt für das erste quasi, möchte ich den Worker Thread aufwecken. Und für das zweite den Worker Thread aufwecken, indem ihr Cont, ja, ich zeige euch das sofort. Wir machen jetzt das hier noch kurz fertig. Und sagen jetzt hier, ja, wir wollen natürlich warten. Und zwar wollen wir auf dem Log natürlich warten. Das heißt, dieses Unique Log hier oben, das wird uns quasi vorgegeben. Und wenn wir das Ganze fertig haben, wollen wir hier unten die Daten machen. Aber wenn irgendwie was schief gehen sollte, dann wollen wir trotzdem nicht irgendwie kaputt gehen oder sowas. Sondern dann wollen wir folgendes machen. Und zwar sagen wir dann einfach Return, ja, was wollen wir Return? Return Data Ready. So. Und hier muss natürlich noch ein Semikolon ran. So, das ist jetzt auch wieder eine Lambda-Funktion hier. Aber das ist natürlich ungünstig. Wir haben hier Data Ready natürlich als Atomic Bullieren. Dann machen wir hier einfach eine, eine Minus 1 sozusagen, was wir als Fehler, äh, einen Fehler hatten. So. Und hier natürlich noch ein Semikolon. So. Und was jetzt passiert ist im Endeffekt, okay, der, ähm, Worker Thread hier, der baut mir erstmal die, ähm, die Daten hier. Und ich muss dringend hier dieses Atomic vorne dran wegkriegen. Das ist ja furchtbar. Ähm, das kann so natürlich nicht funktionieren. So. Ähm. Okay. Also mir, ähm, baut dieser, äh, Preparer Thread hier quasi meine Daten zusammen. Und, ähm, jetzt sollte ich vielleicht hier tatsächlich noch die Data Ready zurückgeben. So. Und wir sehen jetzt hier, jetzt ist das passiert, was ich auch haben wollte. Ähm, ja, wir bauen uns quasi diese Daten. Also wir sagen hier Waiting for More. Das ist von dem, äh, Worker Thread hier oben. Und er wartet jetzt, bis die Daten fertig sind. Der hier lockt sich erstmal das Ganze über den Mutex und benachrichtigt dann sozusagen unseren Worker Thread. So, jetzt ganz kurz, wie könnte ich das machen, wenn ich sehr, sehr viele Worker Threads habe und sehr, sehr viele Loader Threads auch. Oder auch nur einen Loader Thread und sehr, sehr viele Worker Threads. Nun, nehmen wir einfach mal an, wir haben einen Vektor, ähm, von Int mit den Data. Wir haben einen Vektor von, ähm, von Condition Variables, ähm, Cons. Und wir haben einen Vektor über Mutex, äh, Mutex, äh, Mutex Plural, ähm, MTXes. So. Und das sind jetzt meine ganzen Variablen. Mehr brauche ich ja alle nicht. So, und was ich jetzt mache, also das dürft ihr selber implementieren. Das ist jetzt, ähm, quasi Übung sozusagen. Ähm, wir gehen jetzt hierher und sagen, okay, wir acquiren erstmal hier einen Mutex, wie wir es hier unten gemacht haben. Und zwar jeder Loader Threads hat sozusagen sein eigenes Mutex hier. Das heißt, wir müssen hier quasi erstmal noch sagen, ähm, wir haben hier zum Beispiel 5 Loader Threads, also machen wir den Vektor hier, machen wir in den Vektor 5 Mutex rein. Wir haben hier 5 Loader Threads oder 5 Threads insgesamt, also bauen wir hier 5 Condition Variables. Und wir haben hier 5 Paar Datenpakete oder von mir aus auch 10 oder wie auch immer es bei euch ist, also packen wir eben diese Anzahl hier in das Data-Ding rein. So, und jetzt nimmt sich der erste Loader Thread immer das erste Mutex und die erste Condition Variable. Der erste Worker Thread nimmt sich auch immer das erste und das kann man ja hier als Parameter übergeben, einfach hier mit einer Komma 0 oder einer Komma 1 oder sowas. Kann man ja angeben, nur mal wie viel er eigentlich ist und kann dann eben hier sagen, okay, ähm, du darfst immer auf die zugreifen und so können die sich quasi die Daten hin und her schieben. So, das heißt, wir haben sehr, sehr viele Worker Threads, äh, sehr, sehr viele Loader Threads erstmal, die natürlich Daten da reinpacken und sehr, sehr viele Worker Threads, die die Daten entgegennehmen. Wir können das Ganze auch mit einer asymmetrischen Anzahl machen, das ist auch kein Problem, indem wir hier einfach sagen, okay, jeder Loader Thread bekommt zwei Worker Threads zugewiesen, je nachdem, was eben teurer ist, ist das Lesen aus zum Beispiel einer Datenbank und die Vorverarbeitung oder dann das eigentliche Arbeiten mit den Daten. Das kann man dann natürlich immer bestimmen und man kann dann sagen, okay, ich, ähm, hab dann immer zwei Loader, äh, zwei Worker Threads auf einer Condition Variable und benutze halt immer Notify All, falls ich eben alle benachrichtigen möchte. Und so kann ich quasi mir, ähm, Threads zuschieben, wie ich das möchte. Ich muss natürlich nur genug Daten haben, die dann auch irgendwie damit klarkommen. Gut, ja, das soll es erstmal gewesen sein, ähm, das ist eine komische Art zu programmieren, das verstehe ich aber normalerweise ist ja auch nicht das komplette Programm so stark optimiert und so stark, äh, Multifreading, sondern es sind immer nur, man macht das immer für die Teile, die man eigentlich wirklich stark optimieren will und die dann auch wirklich viel Laufzeit, ähm, Zeit im Endeffekt in Anspruch nehmen. Das heißt, da kann man das dann wunderbar machen. Gut, ja, wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.